Aber bevor ich singe, muss ich noch eine ganz wichtige Frage loswerden heute. Es ist so, vor ungefähr fünf Jahren haben wir ein Konzert gespielt und Jennifer hat von der Bühne runter gefragt. Ey Holger, Holger, bist du jetzt eigentlich mit Joe zusammen oder wie ist das? Und Holger, zum Glück hast du Ja gesagt und zum Glück sind wir auch immer noch zusammen. Du bist nämlich der allerbeste, aller allerbeste Lieblingsmensch auf der ganzen Welt und du machst mich zum glücklichsten Menschen, der ich jemals sein kann. Und ich weiß, ich stehe es nicht gerne im Mittelpunkt, deswegen habe ich heute nur die ganz engen Freunde von uns eingeladen, um dich zu fragen. Oh ja, worum du gerade hier bist, ich weiß, du bist hier, willst du mich heiraten? Ich habe leider keinen Ringen da, aber ich habe... Ich hab ein Lied für dich. So, wir machen dich messen jetzt. Er hat ja gesagt. Das folgende Lied hab ich extra für dich geschrieben, oder? Es geht so. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Nie vergesse ich unseren ersten Tag. Denn ich spürte gleich, dass er mich mag. Ist es meine Liebe, die niemals vergeht? Oder wird die Liebe vom Wind verweht? Denn ich bin als Ziel. Denn ich bin als Z achterger�. Und ich bin als F Zust. Und ich bin als Kommand 중. 어�ęd mich nicht immer. swear?! Bis zum nächsten Mal.